Sieht das geil aus. Wenn der Kreis anfängt, wenn er hoch geht. Was? Äh. Ah. Leiste den jetzt. Ja, minus einer. Wir sind wieder im Ball. Warum bin ich jetzt gestorben bitte? Also an dieser Stelle nochmal ein herzlich willkommen zum Stream. Wir haben uns jetzt hier alle schon mal versammelt. Jemand hat mir ganz viel Scheiße ins Inventar getan. Das finde ich sehr nett von euch. Ja. Wir wechseln gleich mal auf. Hier. Da könnt ihr es schon sehen. Ganz viel Scheiße im Inventar. Ist das nicht toll? Wunderbar. Weißt du? Es sind so nette Leute hier auf dem Server. Kriegen wir immer was geschenkt. Das ist doch nett. Zumindest haben sie es mir nicht verfüttert. Also von daher alles gut. Okay. Äh. Ich glaube wir müssen noch auf ein paar Leute warten. Ich weiß nicht ob. Äh. Also wir haben jetzt ganz viele Leute im TeamSpeak. Es kann jetzt vielleicht mal ein bisschen chaotisch werden. Aber das ist ja gewohnt, ne? Ähm. Von daher. Jo. Ich frag mal an den TeamSpeak. Äh. Ist noch jemand da, der noch auf den Server kommen will? Der noch mitmachen will? Ich komm noch. Ich auch. Also ich bin gerade auf dem Weg. Okay. Also noch drei Leute. So. Wie viele sind jetzt auf dem Server? Ich zähle mal kurz durch. Eins. Zwei. Stell euch mal nebeneinander auf. So. Fünf. Fünf. Also wir sind schon zu sechst. Wir haben sieben Rechse. Und wir wären dann neun Leute, wenn ich es richtig sehe. Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Stück, ja. Das heißt, zwei Leute müssen so reingehen, ohne Rechse. Aber die können dann für mir aus. Ähm. Hier. Ich hab hier hinten noch ein bisschen was mitgenommen. Achso, genau. Zur Erklärung. Genau. Hallo. Hallo Banana. Joes Bro. Hallo Moto. Hallo Shadow. Hallo Perfect Freitag. Hallo Elias. So. Ganz kurz zur Erklärung. Also wir machen jetzt hier sozusagen den Abschluss der zweiten Staffel. Wir haben Shadows Rechse von dem Server Descent. auf einen neuen Server noch rüber gezogen. Die Island. Weil die Arenen scheinbar auf der Center Map nicht funktionieren. Also ich hab's auch im lokalen Spiel probiert. Ging einfach nicht. Keine Ahnung warum. So. Und wir haben gesagt, wir nehmen dann wenigstens die Rechse jetzt hier mit. Die sind hoch gematet. Wobei die jetzt hier auch entsprechend alle hoch gelevelt sind. Also was wir uns rausgenommen haben, was wir uns erlaubt haben, ist, dass ich jedem Rex die Max XP Level oder Max XP gegeben hab, damit wir die alle hochleveln konnten. Die sind sogar alle 607, die sind alle gleich, gell? Jo. Okay. Ähm, das gleiche werden wir jetzt noch machen mit den Leuten, die das erste Mal hier drauf kommen, wie zum Beispiel Aru. Aru, komm mal her, wo bist du? Äh, hier. Hier. Dann lade ich nämlich grad mal in Tribe ein. Bleibst du stehen? Ja. So. So. Jetzt komm mal in Tribe rein, dann kann ich dir nämlich XP geben. Weil, was wir machen ist, wir geben allen komplettes Max XP. Einfach, ja. Bräuchte man zwar theoretisch nicht, aber es gibt ja Leute, die nicht auf dem Rex reiten und da wär's vielleicht ganz praktisch. So. Ähm. PS2 genauso. So. Ähm. Ja. Ja. Ich glaube, du musst den Titel noch ändern. Ihr seid wo? Ähm. Kommt erstmal einfach online, ich teleportier euch dann noch hierher. So. Ja, okay, ich bin drauf. Also das wird jetzt hier wahrscheinlich die Runde hier, bei der Spinne, wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, weil wir waren mit, wieviel Rexen waren wir drin? Nicht mal mit allen und das ging schon ziemlich schnell. Also. Ja. Aber ohne Norfolk hat auch ne Rex gehalten. Glocker. Ich weiß aber, ich find's witzig geschrieben, Brotwoll. Super! Wo hast du den Rex jetzt noch her? Beiner. Der war immer bei mir. So. Okay. Okay. Ähm. Das heißt, wir haben jetzt sogar noch, wir haben jetzt acht Rexe insgesamt sogar. Da ist nur einer. Über? Super. Ja, ich bin ja auch noch. Ach ja, sicher. Entschuldigung. Hehehe. Ich hoffe, oh, das... Oh, muss ich gucken, ob das passt, hey. Weil die gucken alle zu weit, die gucken alle ziemlich weit raus. Alle mal zusammen, Gruppen kuscheln. So. Ist jemand unten an der... Am Terminal? Ja. Dann äh... Moment kurz, dann kann's ja eigentlich losgehen. Ich mach jetzt nur schnell noch kurz was an. Ich will das gerne aufnehmen, deswegen mach ich schnell die Aufnahme an. gleich kackt der Server ab. Sind jetzt wirklich alle da? Sind jetzt wirklich alle da? Sind jetzt wirklich alle da? Ich glaub schon. So. Verrafft jetzt der Server nicht ab. Movies. Okay. Passt. Hilfe, ich werd hier geschubst. Test, test, bla bla, hallo, hallo, hallo. Ja, es funktioniert doch. So. Rechts, 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 links, 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 links. Okay. Könnt ihr ja mal kurz... Die wollen uns hier rausschubsen. Hallo und willkommen zum Finale von der zweiten Staffel. Wir werden jetzt die Brutmutter Boss Arena machen. Ich hoffe, wir kommen alle mit rein. Wir machen hier grad schön Gruppen kuscheln. Chupa, komm mal weiter vor. Und dann können wir nämlich gleich anfangen. Wir sind... Wieviel sind wir jetzt? Zehn Leute eigentlich, gell? Acht Rechse, zwei zu Fuß. Und, ähm... Jo. Mit dabei sind... Shadow, Aru, PS2, Chupa, Fossi, Hijackle, Jonas, Marco, Oliver und meine Wenigkeit. Ähm... Ja, ich... Oh ja, stimmt. Was natürlich sein kann, ist, wenn wir jetzt dann drin sind, dann sind wir halt zehn Rechse... Äh, acht Rechse aufeinander. Mal gucken, ob wir überhaupt voneinander wegkommen. Aber werden wir gleich sehen. Hoffentlich. Ähm... Marco, du kannst klicken, oder? Oder Aru? Einer von euch beiden muss jetzt halt, äh, die Brutmutter beschwören. Komm nicht ran. Marco, du? Warte mal, warte mal. Gerade konnte ich... Ja, wenn die mal aufhören würden, immer hier so rumzuschreien, dann... Die schreien gar nicht. Doch. Ähm... Brutmutterportal, das Grüne. Ja. Okay, Chupa, komm ein bisschen weiter, genau, ein bisschen näher. So, wetten jetzt, die Hälfte bleibt draußen? Nee, server stützt ab. Nee, server stützt, glaube ich, nicht ab. Also, ich hab's gemacht, gell? Ich hab' gedrückt. Oh, tschüss. Ich hab gedrückt. Ich hab' doch gedrückt. Und? 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schafft ihr jetzt überhaupt? Ja, Moment. Ja, ich bin da. Oh, Quatschbild. Ja, ich auch. Glaubst du nicht, Alter? Könnt ihr mal bitte von mir runter gehen? Geht doch mal bitte von mir runter. Ich bin raus, ich bin raus. Die fliegen alle in der Luft, guck mal. Nicht alle auf einmal, einer muss jetzt erst laufen. Guck mal, die fliegen in der Luft. Geht doch nicht raus. Weg West. Ja, lass uns raus. Ich bin die Spinn, die kommt. Ah, kommt? Super. Die sind schon mal in Sicherheit, gut, oder? Ja, ja. Sie kommt, sie kommt. Die schießen schon mal drauf, oder? Mein Eifel kommt drauf. Lass dich von den grünen Wuppeln zum Türken. Ja, super. So funktioniert jetzt natürlich nicht, ne? Ich schieß schon mal drauf. Die müssen runter gehen. Ja, jetzt geh ich nicht raus. Ich hab's nicht raus. Ja, der hat's nicht raus. Richtig genial. Warte auf die kleinen Spinnen auf und auf die Wuppels. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ja, ich bin gleich... Ach, scheiße, ich bin gleich schon tot. Ein Dino hat's geschaffen. Ich hab's erwischt. Ich hab's geschaffen. Ich hab's geschaffen. Los! Yay, Shadow, vor! Der ist die nötige Stadt. Ich bin runtergestiegen. Ich bin runtergestiegen. Ich bin rausgebacken. Ich bin rausgebacken. Ich hab's geschaffen. Ja, Shadow, mach's dir bitte weg. Funktioniert ja super. Komm schon. Macht ihr da Kuchenkuchen oder was? Kann mal irgendwer dann weiter hinten, bis sich mit T-Rex absteigend rausziehen? Ich hab's schon. Komm schon hier, komm schon. Boah, die Musik ist doch so elendlaut, gell? Ja, ich hab's schon ausgemacht. Ich hab's schon ausgemacht. Jetzt braucht es was! Springt auf sich hin! Kann ich nicht drücken? Oh, warte mal! Oh, so ist schon besser! Ich meine, es ist gar keine Musik da, aber... Nee, nix! Super! Ich steh schon drauf, aber kann ich nicht machen, Shadow! Shadow, lock sie doch hinter uns! Oder in den Dino-Ball rein! Muss erstmal hier hinten wegkommen! Mist! Wow, es sind so viele kleine Spinnen da! Ja, das Problem ist, wenn da ein T-Rex wäre, der die erreichen kann, dann wären die mit einem Hubs tot! Super! Danke schön! Alter, ich sehe gar nichts mehr voll! Ja, ich habe noch einen! Jetzt klappt's! Jetzt geht's los! Boah! Was, Level 607? Achso, das ist für meine, okay! 320! Okay, jetzt! Ich sehe nichts mehr von der ganzen Schrift! Ich bin auch aus! Super! Jetzt geht's los hier! So, zack! Und jetzt mal gucken, wie viel Business sie braucht! Das sieht so hammermäßig aus! Juh! Ab geht's! Yay! Killed das Mist Fee! Wow! Nicht mich! Und zack! Brutmutter defeated! Wuhu! Äh, hallo? Der hat Schwierigkeiten, aber danach war's echt genial! Ich stehe auf der Brutmutter drauf und kann mich nicht bewegen! Ja, ich bin ja! Ja, ich bin ja! Boah! Der König, der will! Super! Alle mal schreien! Für die Kamera! Nächste Runde müssen wir ein bisschen auseinander gehen, nicht zusammen! Bisschen mehr aufgeteilt auf der Plattform! Wie geht das auch? Ja, nehm! Sieht das geil aus! Hat jemand gesehen, wenn der Kreis anfängt, wenn er hoch geht? Was? Äh! Ah! Leiste den jetzt! Ja, minus einer! Wir sind wieder im Ball! Warum, warum bin ich jetzt gestorben, bitte? Keine Ahnung! Da war ich irgendwo... Weil ich auf der Brutmutter drauf stand, wahrscheinlich! Der Rex ist auch gestorben, Einer! Ja, ja, eben! Der Rex ist nämlich auch gestorben! Ja! Unterhalten wir uns mal so ein bisschen! Na, Timi, wie geht's dir? Ach ja, ich war gestern im Einkaufscenter und hab da was gesehen! Das muss ich mir unbedingt noch holen! Aha! Menschen! Da waren voll viele Leckerbissen auf zwei Beinen! Und, wie sieht's aus, Fossi? Okay! Ja, ich sitze auf meiner Hirschung! Weil hier mein... Mein... Okay, alle... Alle breit? Ja! Oh, alle breit! Also dann, starte... Arena! Okay! Seid ihr wirklich sicher? Seid ihr wirklich alles sicher? Nein! Also ja! Jetzt gibt's keinen kommen, ihr seid schuld! Ja gut, ich könnte jetzt noch etwas rauslaufen! Wuhuuu! 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 Ich denke mal, zwei T-Rex im Meer könnten wir sogar noch mit reinnehmen, ne? Vom Platz her! Nee, dann bitte viel! Ich könnte schau in Reihestapel sicher, weil die draußen gestanden bin! Ja, ja, ja! Glück mit rein, ne? Dann, wenn der Drache klappt! Geh, geh! Geh, immer noch! Oh! Oh, wabohu hier! Ich seh mal gar nichts, ich lieg in irgendeinem Fake von dem anderen drin! Wie gesagt, absteigen und ähm... Bin abgestiegen! Und hauen! Und die Rechse hauen! Versuch ja nie zu drücken, aber nicht! Dann orientieren sie sich neu! Also es war ne gute Methode, das nächste Mal alle absteigen, da die nur gleich auf vorne nehmen und dann einfach weglaufen! Oder so, ja! Oder direkt von vornherein auf Followern nehmen, noch performen... Ich hab geschaut, ich bin draußen! Ich bin draußen! Ja, ich auch! Und jetzt schon die Klippe runterfallen! Oh, der Affe kommt schon zurück! Der Affe kommt, der Affe kommt, der Affe kommt! Wie? Warum? Was war das jetzt? Das war der Stein! Wohl getötet! Hauen die das vom Drecks runter, oder was? Jaja, wenn der Stein kommt, müssen wir weglaufen! Ach du Scheiße! Oh Gott! Der haut einen vom Drecks runter? Ich bin tot! Ich hab ihn besiegt! Ich hab ihn besiegt! Ich hab ihn besiegt! Jetzt ohne Witz? Ja, ich hab ihn besiegt! Ja, ich hab ihn besiegt! Das ging ja schnell, aber... Also der... Das ist irgendwie... Das ist ein blödes... Ich hab ihn besiegt! Ich bin so cool! Yay! Marco, wir haben's geschafft! Die, die keine T-Rex haben, sind die Sieger! Bitte was? Ja, das wird noch geschafft, oder? Ich bin auch noch da! Ja! Oh, alle vor Sie! Ich bin mal weg! Ich bin erst mal weg! Ich bin erst mal weg! Ich bin erst mal weg! Jo, guten! Ja, guten! Jo, bis dann! Ciao! Ähm, ich bin gestorben, weil ich in einem Tier gebackt bin! Das ist ein Mist! So! Oh, Hilfe! Jo! It happens, ne? Okay, das heißt... Jetzt brauchen wir wieder alle nur was trinken und essen! Das heißt, wenigstens sind die Rechse nicht tot! Immerhin, ja! Ja, die sind alle hier, oder? Einmal eins, zwei... Äh, viele auf jeden Fall!